Nun noch mal was ganz beeindruckendes, wie flexibel und kräftig unser Widerstand ist. Ich habe es zu Beginn erwähnt, Axtbruch beim LKW, das hat jetzt die Bühne ein bisschen anders, Musiker, vorgesehene Musiker erkrankt. Was passiert? Es haben sich hier ein paar Menschen gefunden, die eine spontane Musik-Einlage machen werden. Und ganz interessant, das hat jetzt einen Titel. Also, Sie wissen vermutlich, oder auch nicht, es ist nicht so wichtig, die Bohrmaschine von Herrn Knecht hat den Namen Suse. Von daher gibt es nun ein Lied, das Sie alle kennen, das heißt Suse, liebe Suse. Und ich möchte auch ganz herzlich die heute sehr reich, sehr gewaltig hier sich befindliche regionale und überregionale Presse ist heute hier. Von daher ein ganz besonderer Kulturbeitrag. Wir haben nur zwei Mikros und daher schauen wir, wie das geht. Hallo, hallo, grüß dich. Hallo, hallo, grüß dich noch an. Hier, mit dem, weiß ich, eben. So, bla bla bla. Oh, hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Danke. Was trägst du so tief, lass es lieber bleiben, der Tunnel wird schief. Die Wundelzerstörung in der Dimension, Susel, liebe Susel, das ist ja ein Wohl. Susel, liebe Susel, du bist so verholt, die unsere Innenstadt ist schon verholt. Die Käfer und Hasen haben sie fortgejagt, die Hörer und Maul wird die Leiden am Strand. Susel, liebe Susel, was trägst du so tief, lass es einfach bleiben, die Planung nicht schief. Du bist ja zu dick und auch viel zu laut, die Menschen ergreifen an zu viel Zeit straut. Zugabe! Es gibt noch eine kleine Zugabe. Ein schöner Bahnhof für alle, ein schöner Bahnhof für alle. Wir stehen im Stuttgart, ja, wir bet honorable, der Schild bekomme, Pan-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon-Kon, derved singt den Kopen스� multip prawnhof. Für was wir in der Zeit uns verziehen, die besten Singern, Singern, Singern dieser Stadt. Da müssen Lieder und Preisen, für euch geht auf die Reise, den schönen Kopfbahnhof zu retten. Das ist nun Herzen, Herzen, Herzen und Standort. Ein schöner Bahnhof für alle, ein schöner Bahnhof für alle. Der schön im Stuttgart, ja, der wird groß, der schön wie Kompon, 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 Ja, ganz herzlichen Dank. Das war die Hommage, unsere Hommage an die dumme Suse Herrenknechts Tunnelbohrmaschine. Set mit dem Ding aus Stuttgart. Vielleicht nutzen Sie auch die Zeit zwischendrin, einen kleineren oder größeren Beitrag zur Finanzierung der Montagsdemo und Erstellung von Infomaterial beizutragen. Wie immer sind die akkreditierten Sammler mit den verplompten Dosen unterwegs.